Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Digis Adventure und Region Ägypten. Das geht gar nicht. Dann machen wir den so rum und wieder so zurück. Dann schieben wir den mal ganz nach hinten rüber. Ich muss gerade noch gucken wie ich das mache. Doch den schiebe ich so da rund. Äh ne. Ich muss den so ummachen. So. Dann geht's da hin. Okay. Du bist weg. Achso. Ne. Moment. Das geht nicht. Aber. Schiebe ich dich da hin. Okay. Ähm. Auch hier. Wer ist da hin. So. Jetzt nehmen wir erstmal den hier. Ah. Ich sehe das. Okay. Ah. Oder auch nicht. Habe ich. Habe ich eins, zwei, drei Stück habe ich. Und hier haben wir eins, zwei, drei. Dann machen wir das. Dann versuchen wir das zumindest. Das bietet sich gerade an. Einmal. Ähm. Ähm. Noch ein weiter wieder. Danke. So. Und dann. So. Und der bringt was. Ja. Das war etwas. Sehr gut. Gut. So. Wie geht's hier leider? Ah. Es geht auch wieder los hier. Ja. Ah. Galater. Ah. Ja. Klöder. Gut. Ah. Okay, gut. Gut. Nein, 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 nein. Du, okay, nein, 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 nein. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich die Ecke hier noch frei kriege. Wo ist er denn jetzt, ach so, da, okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass das so richtig ist. Gut. So, das geht auch nicht gut. Nein, 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 du bleibst. Geht auch nicht gut. Nein. Okay. Ja, ja. Das ist nicht nervig. Das geht nicht. Ne, da oben geht es noch weiter. Jetzt hole ich mir erst noch die beiden. Dann hole ich mir denn das. Oh, mal gucken wir mal. Zweimal. Ach Mensch. Ist das nervig. Gut. Gut. So. Na. Das war ein Level Up. Okay. Und einmal dicht da rüber. So. Ach, war es ja schon. Ähm. Äh. Was soll das denn? Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf meinen Kanälen auf YouTube, auf Twitch und auf Kick. Bis zur nächsten Folge und Tschüss, sagt der Toto.